So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop und ihr seht es gerade schon oben rechts. Perfekt, unperfekt. Wir kriegen ein neues Emote rein, wir gucken es uns auch ganz nochmal gerade so an. Wundert euch aber nicht wegen dem Ton, ich muss den abbrechen, weil ihr wisst ja, Copyright, also die Copyright-Tänze, ein bisschen nerven sie schon. Wir gehen mal gerade rein, hat nämlich nicht nur den Grund wegen dem neuen Emote, sondern auch wegen dem Skin. Eben, aber guckt einfach selber. Wie gesagt, ich kann nicht zu lange laufen lassen aus einem ganz einfachen Grund, Copyright-Geschichte ist genauso, warum ich das 7 Mode immer halb mit Ton, halb ohne Ton. Ansonsten macht er einfach YouTube-Faxen. Und das Ganze ist halt von Bella Porsche, ist ne TikTokerin, ich hab gerade eben nachgeguckt, mit paar und 50 Millionen Follower, also geisteskrank. So, wir gehen mal gerade in den Shop rein, nämlich da ist heute noch mehr drin. Perfekt, unperfekt, hatten wir ja gerade schon. Dann ist der Rabenskin wieder zurück. Dann Verwüstungsskin natürlich auch wieder zurück mit passendem Rückenaccessoire. Aber hätten sie eigentlich auch mal ein Paket draus machen können, ganz ehrlich. Wird mich nämlich dann einfach mal interessieren, was ich dafür bezahlen muss. Da ich nämlich den Kleider, Pickaxe habe und schon den Rabenskin. Also, würde mich doch mal interessieren, was mich das kosten würde. Wenn dann der perfekt, ne gefiederte Flieger. Dann ist die Schrottritterin wieder zurück. Ich finde persönlich auch ein schöner Skin. Also wirklich, also... Da kann ein Abo rein, nicht wundern. Dann haben wir Flügelwerkzeug. So, jetzt kommen wir zu Loach, ne, Lauch-Paket. Das kostet insgesamt hier 4,8. Lass mich lügen, ich glaube 2,6 soll es das eigentlich kosten. Da drin enthalten der Schlachtenhund mit passendem Rückenaccessoire. Dann die Highlandkriegerin mit passendem Rückenaccessoire. Pickaxe und OG-Kleider Sturmsiegel. Ich kann euch jetzt sagen, ihr wusstet ja, dass ich schon einen Schlachtenhund habe. Plus dem sein Rückenaccessoire. Also das hier hatte ich nur. Aber ich habe die 3 Sachen dann noch bekommen. Ich bin mal gerade lächerliche 600 V-Bucks. Also die Masche hat gezogen, hier das ganze Paket reinzubringen. So habe ich dann doch wieder 600 V-Bucks ausgegeben, weil da kann ich wirklich... Da muss ich zuschlagen. Ein Kleider, der mir super gefällt. Dann noch mit Packaxe und noch ein Skin dazu. Da kann ich einfach nicht nein sagen. Dann haben wir Verwüster wieder zurück. Ja, ist okay. Für 800 V-Bucks definitiv. Dann Arctis-Assassinien wieder zurück. Auch OG hoch 8. Ihr seht es oben links. Season 1. Dann Setz dich doch remote. Dann Pizza-Party ist wieder zurück. Dann der Sichelschläger. Ja, das Geräusch kennen wir ja alle. Dann die Blindgänger-Bombe. Und das müsste es eigentlich schon fast gewesen sein. Das habe ich. Das habe ich. Ja. Dann kommen die ganzen DC-Geschichten jetzt. Deathstalk Zero-Paket. Harley Quinn-Paket. Dann kommt das Flash-Paket mit Black Manta. Dann Catwoman mit der Batman-Geschichte hier mit dabei. Dann Beast Boy-Paket. Sieht man auch nicht mehr. Ich dachte eigentlich, er wird mehr gehypt, der Skin. Ich will ihn persönlich auch nicht mehr wirklich. Eigentlich schon wieder Verschwendung gewesen. Dann Batman Zero. Catwoman Zero. Ryzen Zero. Dann Batman, der maximalkierten Rächer. Und unser Dauerbrenner. Letzter Lacher-Paket. Auch wieder zurück im Shop. Denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code benutzen. Yt-Family-Eck. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Wenn noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Samstag. Und haut herein.